Oh, es ist ein mysteriöses Haus. Wer hat dies dorthin gebaust? Oh, Türen liegen auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob hier fallen sind, Leute. Ja, Alter. Da könnten wir da echt ein bisschen Sand abbauen. Das wäre gar nicht so schlecht, die Idee. Was mache ich denn da? So. Ich denke mal, es sollte dann Kassen passen mit der letzten Kiste hier. So, ich hoffe, das ist auch unser letzter Gang. Perfekt, passt alles. Und das auch, super. Alter, der Mond ist schon groß, ne? So, einmal Licht machen, sonst seht ihr nichts. Das kann ich natürlich nicht verantworten. So, okay. Zack, zack, zack. Ja, doch, doch, doch. Ein bisschen kann ich behalten. Das kommt auch da hin und das auch. Und dann erstmal ab wie nachher, ne? Aber wisst ihr was, wenn wir jetzt schon, wenn wir jetzt schon zur Wüste gehen, dann gehen wir auch, dann gehen wir jetzt auch mal zur, zur Einfestung. Ich wollte das schon in der letzten Aufnahme machen, glaube ich. Aber, äh, ja. Ist nichts draus geworden. So, da muss ich auch mal ganz kurz auf die Karte gucken. Damit es auch schneller geht. Wer hätte denn gedacht, dass wir Sandstein brauchen? Oh, ich hätte es eigentlich wissen müssen. Aber, okay, okay, okay. Das ist ja jetzt kein Indikator, den man ernst nehmen darf. So. Ich weiß immer noch nicht, warum das so grau ist auf der Karte. Also, ich habe die Mod mit dem realistischen Blut-Effekten, realistisch in Anführungszeichen, habe ich gelöscht. Ja. Weil, ne, brauchen wir nicht, wenn es eh so rumbackt. Und ich hatte jetzt keinen Bock, eine neue Version davon zu installieren. Es ist jetzt nicht so die, äh, tollste, aller tollste Mod, die wir haben. Und ich erhoffen wir dadurch ein wenig mehr Performance. 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 Immer auf diesem Lied, ne? Immer wenn dieses Lied erklingt, muss ich direkt mit trällern. Es ist doch eine Plage. Das geht doch nicht. So. Ich fände es doch echt nice, wenn wir langsam mal ein Pferd hätten oder so. Ah, ein Pferd. Horse. So. Da ist ein Baumstamm. Doch, so ein Pferd wäre echt cool. Muss ich ja mal zugeben. Da dumm, 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 da dumm. Toll, jetzt werde ich wieder ein paar Folgen produzieren. Muss ich manche eventuell fragen, wenn sie denn die erste Folge dieser Aufnahme nicht gesehen haben. Warum hat der sieben Einwohner? Der hat doch gecheatet. Naja, gut. Okay, oh mein Gott, da ist sie. Oh mein Gott, oh mein Gott. Leed, wechsle dich. Nein. 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 Ach komm, egal. Es ist ein mysteriöses Haus. Wer hat dies dorthin gebaust? Oh, Türen liegen auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob hier fallen sind, Leute. Ja, Alter. Erschreckt mich nicht. Okay, die Schweine haben schon Vorarbeit gelassen. Ich wollte schon fast ausprobieren. Aber na gut. So, da ist noch ein Schwein. Goldblock. Alter, was ist das hier? Ich glaube, hier gibt es ganz viele geile Sachen. Okay, okay. Oh mein Gott, ein Charme-Table. Wie geil, den nehme ich direkt mit. Wie geil. Haben wir nicht schon einen? Ich weiß gerade gar nicht. Aber jedenfalls haben wir jetzt... Äh. Äh, Schimmel. Da hat jemand lange nicht geputzt. Nice. Echt nice. Aber wo sind die ganzen Kisten? Oh, erstmal den Goldblock abbauen. So. Die nehme ich auch mal mit. Auch wenn wir die nicht unbedingt brauchen. Aber alles mitnehmen. Was, was, was wir anders machen? Ne? Was hier ein bisschen unique aussieht. Was ist das überhaupt vom Block? Antiker Steinziegel. Okay. Und die habe ich auch nicht verstanden. Irgendwas kann man damit machen. Kultivierungsbehälter. Soll ich die hier lassen, oder? Kisten. Ich glaube, ich... Oh. Ich dachte, die gehen jetzt kaputt. Ich glaube, ich nehme die mal mit und... Oh, noch mehr Kisten. Wie nice. Und teste die mal zu Hause aus. Sorry. Ich hoffe, die gehen da auch. Ich weiß ja nicht. Alter, erstmal die Kisten öffnen. Ha, ha, ha. Ich habe Angst, dass es noch eine Falle ist. Ach, die Steinsperre. Die waren auch geil. Die konnte man werfen. Richtig nice. So. Und genau. Hier gab es ja DNA. Genau. DNA. Das ist ja das Wertvollste, was man hier kriegt. Äh, kriecht. Kriecht. So. Ich möchte alles aus den Kisten haben. So. Was können wir denn noch hier? Trommel. Trommel ist auch lustig. Habe ich noch nie ausprobiert. Aber ich stelle mir das recht lustig vor. So. Alter, wie viel Papier. Alter. Wir können uns direkt Dingens machen. Ach, eine Holzspeare gibt es ja auch. Stimmt, stimmt, stimmt. Mit dem habe ich ein bisschen gespielt im Creative. Ach, komm, scheiß auf den einen Sandstein hier. Hm, hm, hm. Das müssen wir wohl doch vorher noch nach Hause. Scheinbar. Okay. Das waren die Kisten. Ich hoffe ja noch auf die oder so. Aber ich glaube nicht, dass es die hier gibt. Eher so antiken Stuff. Boah, voll cool. So, das kann ich auch hier lassen. Knochen, eine Trommel noch. Alter, wie viel Papier. Mann. Ich weiß gar nicht, was ich wegschmeißen soll. Oh, Mann. Ach, komm. Scheiß auf die Drogerin. Oh, Gott. Heilige. Okay, da müssen wir jetzt wohl ein bisschen mehr wegwerfen. Komm, ja, das brauchen wir nicht. Alter, wie geil. Wir können uns, glaube ich, Dinos machen. Wie cool ist das denn? Wie cool ist das denn? Ähm, Steine brauchen wir nicht. Zack. Krass. Ich glaube, hier sind sogar noch mehr Kisten. Ich weiß aber gar nicht so gut. Ich guck mal ganz kurz hier durch. Boah, krass. Glowstone können wir uns theoretisch eigentlich auch mal abbauen, ne? Geht das mit Spitzacke schneller? Ne, ne? Ne. Geht nicht schneller. Oder mit Axt. Ich weiß gerade gar nicht genau. Hm. Was kann ich denn drücken? Ach, Mann, ey. Die Bücher. 19 Bücher ist schon krass. Das sind 19 Leder auch. Hm, 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 hm. Ach komm, die Erde. Erde, Erde. So. Dann geht mal her. Zack. Den ganzen Glowstone. Der ist ja auch schon was wert. Ne? Muss man ja auch mal dazu sagen. Ist ja auch schon was wert. So. Alter, wie viel davon ist. Das ist mir, fällt mir erst jetzt auf. Ich weiß gar nicht genau, warum. So. Ja, du brauchst mehr Sandstein. Das wissen wir doch. Ah. Okay, da ist nur ein Samen. Ich dachte, da wäre irgendwie Glowstone hochgebackt. Also ein Staub. Staub. Äh, ein Staubhäufchen. So muss natürlich korrekt auszudrücken. Es ist ein Staubhäufchen. So. Ich glaube, das kann ich gar nicht alles lagern. Aber ich kann ja eh stanken, wie einfach ein Baum reinwächst. So. Ja, da sind schon 64. Aber. Wir haben ja die Ability. Ne? Die Credibility. Ähm. 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 Hier. Hä? Assembly Workbench? Okay. Das passt irgendwie nicht zusammen. Ich weiß, was die Assembly Mod ist. Aber ich weiß nicht, inwiefern das in Verbindung steht jetzt. Okay. Warum sind hier die ganzen Schweine? Das ist der Schweinepalast, glaube ich. So. Danke. Okay. Ab in. Alter, sind auch mehr. Noch ein Zaubertisch. Noch ein Zaubertisch. Was? Bücher. Warte, bevor ich in die Kisten gucke. Erstmal den offensichtlichen Stuff. Wir wollen uns ja, ähm, ne? Die Überraschung nicht nehmen lassen. Boah, geil. Geil, 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 geil. Bei solche Falle? Nein, nur eine ziemlich coole Türanimation. Solche Dinge liebe ich ja echt. Nein. Oh, fast runtergefallen. Erstens. Gibt das eine viel schönere Atmosphäre? Und zweitens kann man ja einfach Sachen finden. Random. Richtig random. Okay. Randy. Dann hole ich mir eben die paar Bücher hier. Zack, zack, zack. Down. So. Nicht hängen bleiben, meine Freunde. Jetzt ist das Headset schon wieder aus. Ich freue mich ja sehr. Moment. Äh, ich höre mich eben an uns. Äh. Okay. Dinopedia. Lalala. Ah, ich weiß gar nicht, was ich wegschmeißen soll. Okay, ich hätte jetzt gesagt, ähm. Dass wir eben ganz kurz nach Hause gehen und dann den Rest hier holen. Aber das ist doch nicht mehr so viel. Das heißt, wir werden ein bisschen was wegschmeißen. Und ich finde es schade, dass ich mich nicht selbst automatisch höre, wenn man Headset neu angeht. Toll. Ich bin so dumm. Wir haben noch den Rucksack. Ich bin so dumm. Ah, Mann. Toll. Zum Glück fällt mir das sehr früh ein. Ich hätte eventuell noch Dinge hier lassen können. Oh Gott. Okay, dann, weißt du was? Zack. Zack. Crazy Musik im Hintergrund. Einen Moment. Oh, falsch. So. Nehmen wir einfach alles mit. So. Wir sind ziemlich brutal. Außer das. Das brauchen wir nicht. Huch, da geht's ja noch weiter hoch. Huch. Ey. Okay, noch ein bisschen gelost schauen. Und noch mehr Gisten. Was ist denn da los? Und betten. Betten. Die brauchen wir unbedingt. Damit sparen wir uns eine Menge Wolle. Wir haben ja noch nicht genug. Boah, wie cool das hier aussieht, ne? Hier würde ich sogar ganz gerne mal wohnen, aber... Alter. Alter. Krass. Richtig geil. Richtig geil. Wir müssen uns auch ein bisschen beeilen, weil die Nacht... äh, wiederkommt. Kampf quasi. Noch ein paar Zauernstisch. Okay, okay. Wir sparen uns hier einige Diamanten, auch wenn ich nicht weiß, wo wir die so vielfältig einsetzen können. Man kann die ja auch nicht in Diamanten oder so umwandeln. Ich glaube, mir ist ja noch mehr. Hallo? So. Eisen. Fossile Schallplatte. Warte mal ganz kurz. Einen Moment. Ich mach das ganz kurz und ich wünsche, Fraps wird nicht immer abstützen, wenn man Minecraft minimiert. So. So, es tut mir so leid. Ich hoffe, ich krieg das in Zukunft gebacken. So, 3, 2, 1. Und... Okay. Ähm, hallo? Okay, die Steuerung ist wieder ein bisschen... ... im Arsch. Ja. Komm, machen wir jetzt einfach mit NumPads. Es geht schneller. So, zack. Komm schon. NumPet. NumPet. Und NumPet. Ich brauch die ja eh nicht alle. So. Das muss ich eben ausprobieren. Ich muss mal ganz kurz die Musik ausmachen. Aber das funktioniert irgendwie nicht. Hä? Betten werden nicht gestackt. Komisch. Okay, irgendwie funktioniert das nicht. Dann starte ich die Musik wieder. Aber das ist doch ein Teil. Plantenspieler doch, ja. Warum geht's nicht? Strange. So. Zack, 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 zack. Packen wir mal da rein. Okay, dann ist das auch voll. Ich will noch nach da oben. Ich hab jetzt keine Blöcke mehr, mich da hochzubauen. Da muss ich mir eh ein bisschen was abbauen hier. Sorry. Ich nehm mal ein bisschen von, äh, ne? Wir sind schon skrupellos. So. Wenn aber, dann bauen wir eine schöne Treppe natürlich. Ja, klar. So. Damit man noch hochgehen kann. Das ist total die Zeitverschwendung, die ich hier mache. Aber ich möchte ja das Let's Play strecken. Ich muss ja ein bisschen Aufhalde aufnehmen. Deswegen mach ich jetzt ein bisschen Let's Streckse. Let's Play. So. Haben wir das auch mal geklärt. So. Zack. Okay. 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 Ist auch nur Glowstone und ne Falltür. Keine Ahnung wofür. Oh. Ja. Super. Ist ja nicht so, als ob man da anders hochgekommen wäre. Nein. 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 Boah. Ich bin so ein blinder Fisch. Mann ey. Das ärgert mich manchmal echt. So. Okay. Dann noch ein bisschen. Autsch. Ein bisschen weiter runter. Ach, guck mal hier. Ein bisschen Lehm haben sie auch hier. Alter. Ich sehe gar nichts mehr. Mach mal Licht, Alter. Okay. Wir haben mal die ganzen Glowstones abgebaut. Ich muss mal auch dazu sagen. So. Gib mir die Giestin. I want the chests. The, the Truhen. So. Passt natürlich jetzt nicht alles. Aber egal. Ist mir YOLO. Zweck, Zweck. So. Das ist das beste Argument. Egal was ist. Egal wenn jemand sagt. Mhh. Was hast du denn für eine Ansicht? Dann sagst du einfach. Jo, los. Zweck, Zweck. So. Vier Karten haben wir auch. Echt cool. So. Okay. Mehr scheinen wir nicht mitzubekommen. Okay. Bye, bye. Das ist schon bald wieder Tag, glaube ich. Oder? Hey, was ist denn der Mond? Where is the moon? Der ist schon fast wieder ganz unten. Äh, ich glaube, es gibt ja gar nicht. Das gibt's ja gar nicht. Wie viel Zeit wir da verschwendet haben. Aber jetzt können wir auch das hier wieder löschen. Obwohl, hätten wir auch behalten können. Aber, ach ja. Ja, ich wollte ranzoomen. Aber warum? Uuuuuh. Da sehen wir mal. So viel haben wir bisher erkundet. Ich hab letztens auch eine andere coole Map gefunden. Die benutze ich auch fürs Spielen auf dem BitQuest-Server. Die hat aber nicht immer noch aktiv, Leute. Da bin ich natürlich immer noch aktiv. Ähm, ich, äh, das ist aber nur, weil ich die, äh, Writable-Map-Mod irgendwie nicht gefunden hab, weil ich mir den Namen nie merken kann. Ich weiß jetzt nicht, ob die Map-Writable-Mod heißt oder Writable-Map. Ich glaub, Writable-Map. Ich muss mir echt ne Liste dafür anlegen. Dann hab ich auch nicht mehr solche Probleme, wenn ich dann wieder alle meine Mods aus Versehen gelöscht hab durch ein bestimmtes Programm. So. Da-da-da-da-da-da. Wovor steht nochmal der Pfeil? Der Grüne? Ist das Norden? Ist das Norden? Jo. F3 sagt ja. So. Ich bin, ich bin, ähm, ich bin optimistisch, dass ich, ähm, heute ne recht intensive Aufnahmen hinkriege. Wir sind ja erst bei einer halben Stunde. Aber irgendwie, ich hab grad echt Lust. Und als ich, ähm, Kürbis. Ach ja. Warte, warte, nee, 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 das lass ich so nicht gelten. Nix da. Ähm, als ich gestern aufgenommen habe und, muss ich auch nochmal dazu sagen, gestern die Aufnahme, es tut mir leid, ich war irgendwie wenig motiviert. Ich, ich weiß nicht, woran es lag, keine Ahnung. Aber irgendwie, ähm, ja, ich glaub man hat ein bisschen rausgehört, dass ich etwas neben der Spur, beziehungsweise vielleicht ein bisschen schlecht gelaunt fand, ich weiß es nicht genau. Ich kann es manchmal selbst nicht beurteilen. Aber wie gesagt, tut... Mir leid. Ja. Ja. Wir haben ja sonst nichts zu tun, aber die Chance neu laden. Hä? Hä? War man auch schon hier? Ich weiß grad gar nicht. War man schon so weit? Hm. Okay. Ich, äh, ich sag da nichts zu. Ich geh einfach weiter, weil ich seh schon mein Haus, das find ich gut. Oh man. Okay. Wie gesagt, tut mir auf jeden Fall leid. Das, äh, ich versuch's eigentlich zu vermeiden, dass das vorkommt. Naja, okay. Gut. Huch. Huch. Aber heute ist es irgendwie ganz anders. Es ist irgendwie mal so, ich, äh, kann es mir selbst nicht erklären. So. Okay. Let's go sleep. Ja, wie gesagt, ich muss ja ein bisschen auf Halde aufnehmen, da ich ja ein paar Tage weg sein werde. So. PvP müsste ich eigentlich auch noch aufnehmen, aber Minecraft Sim City kommt erst mal vor. Okay, ne, hier kommen nur Ärzte rein. Nur die Ärzte. Warte mal. Das muss doch irgendwie gehen. Ich mach Rechtsklick, es passiert nichts. Muss ich da die Schallplatte draufwerfen? Oder muss ich Rechtsklick mit der Schallplatte? Ach stimmt. Ich bin so ein Idiot. Ich hab so lange das Ding nicht benutzt. Das muss doch irgendwie gehen. Every little symbol, every little sign Tells me something different every single time I can tell it's sacred, not for me to know Give me what I need and I will let it go Every little symbol, every little sign Tells me something different every single time I can tell it's sacred, not for me to know Give me what I need and I will let it go Every little symbol, every little sign Tells me something different every single time I can tell it's sacred, not for me to know Give me what I need and I will let it go Every little symbol, every little sign Tells me something different every single time I can tell it's secret, not for me to know Give me what I need and I will let it go Every little symbol, every little sign Tells me something different every single time I can tell it's secret, not for me to know Give me what I need and I will let it go Give me what I need and I will let it go Every little symbol, every little sign Every little symbol, every little sign Tells me something different every single time I can tell it's secret, not for me to know Give me what I need and I will let it go Every little symbol, every little sign Tells me something different every single time I can tell it's secret, not for me to know Give me what I need and I will let it go